Das heutige Thema ist ein Thema, was besonders viele Unternehmen, die schon länger im Markt sind, betrifft. Nämlich, wie übergebe ich eigentlich ein Familienunternehmen oder als Juniorchef, wie übernehme ich das Familienunternehmen. Wir haben für dich jetzt einige Tipps dabei, auf die du auf jeden Fall achten solltest, wenn du ein Unternehmen, ein Familienunternehmen übernimmst, damit du auch Spaß dran hast, damit das Ganze auch in die richtige Richtung geht. Und wir haben noch einen Special-Tipp, mit dem du, wenn du den einhältst, eigentlich nicht fehlenlaufen kannst. Das geht eigentlich gar nicht. Ich bin Alex, Marvin ist auch dabei und viel Spaß hier beim Video. Ja, wir haben in unserer Tätigkeit als A&M natürlich einige Betriebe auch beraten mittlerweile schon, die genau in dieser Übergangsphase waren und auch immer noch teilweise sind. Und es sind uns ein paar Gemeinsamkeiten aufgefallen, die man einfach auf dem Schirm haben muss, die man beachten muss, damit das Ganze reibungslos geht. Also das Erste, was wir so feststellen, ist halt, dass so ein Übergang im besten Fall irgendwann zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr des Inhabers passiert. Also des Altinhabers, sage ich mal. Einfach aus dem Aspekt, weil Personen danach eher Probleme haben, loszulassen. Also wir haben häufiger festgestellt, wenn die dann so Mitte 60, 70 sind, dann teilweise immer noch im Unternehmen halt weitermachen wollen, kommt dann irgendwie so ein Umschwung. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt, aber 50 bis 60 sind die bereit, loszulassen. Danach irgendwie wird es schwieriger. Also man sollte das in der Zeit auf jeden Fall machen. Plus man sollte auch schauen, dass man wirklich einen konkreten Abschlusstermin festlegt. Ja. Sagt, dann ist es soweit, dann ist es passiert, so oder so. Dann kommst du nicht mehr ins Büro. Ja, genau. Oder man kann ja immer noch weiter daran arbeiten, so ein bisschen. Aber man übergibt faktisch die fachliche und die rechtliche Verantwortung komplett an den Juniorchef dann. Ja. Das ist einfach mega wichtig, weil da haben wir so einige Fälle erlebt, wo so Zwischenlösungen dann gefunden wurden. Und das hat für keine Seite wirklich gut funktioniert. Der Juniorchef war etwas anderes als der Seniorchef. Beide Ideen waren gut, aber in Kombination hat es einfach nicht geklappt dann. Ja, also in der Regel ist es halt so, dass du eine gewisse Anlernzeit hast. Meistens ist es ja so, dass du als Tochter oder als Sohn, also Sohn ist meistens der häufigste Fall tatsächlich. Statistisch wahrscheinlicher, ja. Genau. Sohn bist du sozusagen, dann bist du ja enger, bist du enger mit dran. So, und wenn es dann soweit ist, dass man eben sagt, okay, es gibt diesen Übergabetermin oder diese Nachfolgetermin auch. Ja, wie sollte man sich mental darauf vorbereiten, auch dann als Juniorchef? Weil darum geht es ja jetzt eigentlich, wenn du das jetzt hier als Juniorchef gerade siehst oder hörst. Wie läuft das dann ab? Worauf muss ich achten? Ja, genau. Was halt ganz wichtig ist, du solltest dir als Juniorchef, das haben wir auch häufiger erlebt, die Leute kommen ins gemachte Nest, funktioniert alles, alles super. Ja. Und die haben keine wirkliche Vision mit dem Unternehmen dann. Die sagen, ja, ich muss es halt weitermachen, weil mein Vater hat es ja gemacht und ich will den Aspekt zollen, dafür, dass er mich aufgezogen hat, dass er mich ausgebildet hat am Ende auch. Und ich muss das Unternehmen jetzt irgendwie weiterführen, aber die haben keine wirkliche Vision. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Also, wenn dann die Übergabe passiert ist, sollte man trotzdem wissen, wo man hin möchte. Und da spricht auch gar nichts dagegen, auch mal ein bisschen umzustrukturieren. Und man sollte sich dann auch vom Seniorchef nicht zu viel reinreden lassen, immer gerne Feedback holen, aber sich auch klar machen, ob das Unternehmen, was er gebaut hat, aus dem Unternehmen ist, was man selber möchte oder ob man ein paar Sachen umbauen muss, ob man halt vielleicht nicht die ganze Zeit vorher, wenn man spielt, wie es viele Seniorchefs halt gerne auch tun, weil die dadurch halt eine gewisse Wichtigkeit auch mitbekommen. Und ob das auch noch zeitgemäß ist. Also, es kann halt sein, dass das Geschäft von dem Vater zum Beispiel sehr stark irgendwie auf Empfehlungsgeschäft oder so ausgelegt war oder auf irgendwelche anderen Methoden, auch Kunden zu akquirieren, Werbemethoden und so weiter. Also, man muss auch prüfen, ist das Ganze überhaupt noch zeitgemäß und möchte ich das auch so weiterführen oder möchte ich auch einen anderen Weg gehen? Thema soziale Medien, Thema digitale Prozesse, generell als Arbeitgeber sich attraktiver machen und so weiter. Das tut man auch generell als Thema. Genau. Viele sind ja seit 30 Jahren auf der gleichen Größe, plus minus eins der Mitarbeiter, die mal kommen, mal gehen. Ja. Und manche sagen aber auch, ich möchte wachsen. Ich möchte halt auch mir bestimmte Träume erfüllen können. Ja. Und dafür muss ich einen anderen Weg gehen. Und da muss man dann auch vielleicht mal, wenn dann der Vater raus ist, dann mal eine Entscheidung treffen, die der Vater so nicht getroffen hätte. Ja. Also, du musst dir halt hauptsächlich erstmal Gedanken machen, was möchte ich eigentlich mit diesem Unternehmen in Zukunft erreichen? Ja. Möchte ich das einfach genauso weiterführen und das ist gut für mich, dann ist das auch okay? Oder sagst du halt, okay, ich möchte halt einfach auch frischen Wind reinbringen, meine Ideen reinbringen, mich auch ein bisschen verwirklichen damit und das Ganze auch zeitgemäß aufstellen. Ja. Wichtiges Thema ist auch noch das Thema Autorität gegenüber Mitarbeitern, die schon lange im Betrieb sind. Das ist auch ein heikles Thema, sag ich mal, dass man im Prinzip als Juniorchef ja meistens, ja, oder schon fast aufgewachsen ist mit den Leuten, die in dem Betrieb arbeiten, ja, die einen schon als kleiner Junge dort kennen, den man dann irgendwann, wenn man dann Geschäftsführer ist, natürlich auch mal Ansagen machen muss. Und das ist natürlich ein Konfliktpotenzial. Ja, definitiv. Das ist auch bei vielen ein großes Problem. Wenn man keine kleinen Strukturen geschaffen hat, dass dann halt viele Sachen missverstanden werden, dann man erwartet, dass die Leute halt das selber mitdenken und so. Und wie gesagt, also Strukturen lösen da viele Probleme. Aber das stimmt, das ist definitiv ein Thema, was häufiger dann mal aufkommt. Dass dann der alteingesessene Meister jetzt seit Mitte 50 Jahren sagt, hier, kleiner Knirps, ich habe dich damals auf dem Arm rumgetragen, was willst du mir erzählen? Genau, ja. Und das ist halt schwierig, dann Autorität auch durchzusetzen. Da muss man aber auch dann einfach regelroß sein. Da muss man sagen, hey, du machst das, ich zahle dein Gehalt, ich zahle deinen Lohnzettel am Ende. Und mach das jetzt, weil das ist sinnvoll. Aber da spricht auch gar nichts dagegen, mit den Leuten zu kommunizieren. Es geht nicht darum, immer die Holzhammer-Methode zu verwenden. Aber wenn die kommuniziert, warum man das macht, dann ist das auch eine coole Geschichte für beide Seiten, sich auch nochmal weiterzuentwickeln. Genau. Wenn sich der Meister nicht entwickeln möchte, ist das dann halt so. Dann muss er aber einfach mit der Entscheidung dann auch leben. Ja. Also wichtig ist halt transparente Kommunikation, dass man auch das Team dann zusammenholt und so weiter und sagt, gut, ihr kennt mich alle schon jahrzehntelang. Ja. Und jetzt verändert sich das Ganze natürlich. Das heißt, auch ich verändere mich, ja. Ich bin jetzt nicht nur sozusagen der angestellte Sohn, sondern ich bin jetzt euer Geschäftsführer. Und als Geschäftsführer muss ich auch mal manche Entscheidungen treffen, die euch vielleicht auch nicht so gefallen, die ihr vielleicht noch nicht so seht, dass sie notwendig sind, die ich aber als Geschäftsführer einfach machen muss. Ja. Also da einfach auch diese, auch so Transparenz schaffen und sagen, dass sich eure Rolle jetzt auch einfach ändert. Also eure, ja, eure Rolle, dass ihr halt die des Inhabers und Geschäftsführers dann gewechselt habt und dass sich dann auch auf das Arbeitsverhältnis zwischen denen, also du mit den Kollegen dann verändert. Ja. Ja, und dann habe ich jetzt noch einen Special-Tipp am Ende, der ganz, ganz wichtig ist, damit du auch langfristig Spaß an dem Ganzen hast. Das heißt, such dir eine Gruppe von Leuten, die ähnlich sind, wie die, also wie du selber bist. Also auch andere, am besten Junior-Chefs, die halt auch die gleichen Herausforderungen wie du haben, die die gleichen Probleme haben und tausche dich regelmäßig mit denen aus. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen BNI-Netzwerktreffen oder so. Ja. Das ist auch in Ordnung. Ja, das sind aber andere Branchen und die Leute da denken teilweise sehr rückständig. Da such dir wirklich Leute, die ein bisschen fortschrittlicher denken. Wir bieten unseren Partnern zum Beispiel an so eine Plattform zur, also stellen die zur Verfügung. Da sind viele Junior-Chefs drin und für die ist das halt auch so. So, die haben den Austausch von Leuten, die die gleichen Herausforderungen haben, die gleichen Probleme haben. Aber wo einige auch mehr Visionen haben als andere. Und dieser Austausch, der bringt die Leute dann wirklich voran. Das ist das, was die mental stärker macht. Und wenn du so einen Austausch dir regelmäßig, ja, regelmäßig ermöglichst, so wöchentlich oder so, dann sieht das schon mal ganz anders aus. Dann wirst du da mehr Spaß haben dran. Dann wirst du mehr Spaß in der Übernahme haben. Und auch wenn du vielleicht auch gar keine Visionen so damit hast, wirst du eine finden, weil du siehst, was die anderen machen. Also wirklich mein Special-Tipp, beachte den auch, weil das ist wirklich eine ganz wichtige Geschichte, dass du dir ein Umfeld schaffst von Leuten, die dich da fördern und voranbringen. Weil das hat man regional normalerweise sonst relativ selten. Weil statistisch gesehen die meisten Unternehmen einfach nicht vorträglich denken. Das ist leider einfach so. Ja, und da hast du halt eine zentrierte, also eine Gruppe, die da zusammenkommt, die auch alle Betriebe übernommen haben und die auch dabei sind, ihre Ideen zu entwickeln und so weiter. Und alleine, wenn man da mit drin sitzt und dann hört, okay, der macht jetzt das und das, dann überlegt man halt für sich so, okay, wie können wir das auf mein Unternehmen dann angewendet werden und so weiter. Das regt einfach die Gedanken unglaublich an. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Also da an der Stelle das Angebot, wenn du da Lust drauf hast, dann melde dich gerne mal. Auf unserer Webseite www.am-beratung.de kannst du dich eintragen für ein Erstgespräch. Und da können wir dir mal erklären, wie sowas abläuft und ja, was da genau dahinter steckt. Da geht es im Prinzip auch darum, eben das Unternehmen so in gewisse Formen auch zu gießen, dass das Ganze strukturiert abläuft, aber eben auch dieser wichtige Teil, dieser Austausch zwischen den Unternehmern. Ja, genau. Genau. Da gibt es aber auch viel dabei. Da konntest du sicher einiges mitnehmen. Dann, wenn dir das Ganze gefällt oder gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, gib dem Ganzen gerne ein Like und abonniere den Kanal, damit du in Zukunft nichts verpasst. Und ansonsten dir erstmal eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.